Heute Morgen gegen 8.30 Uhr ging beim Polizeipräsidium Mannheim beim Führungs- und Lagezentrum eine Bombendrohung ein. Das war ein Telefonanruf mit einer Bandansage, dass hier in Weinheim beim Amtsgericht in Kürze eine Bombe detonieren würde. Wir haben entsprechend die polizeilichen Maßnahmen eingeleitet. Das Amtsgericht ist evakuiert, die Leute sind alle draußen. Die Nachbargebäude sind entsprechend aufgeräumt, soweit auch Personen vorhanden waren. Das weite Umfeld ist abgesperrt, es kann kein Verkehr durchgehen, es können keine Fußgänger vorbeigehen. Im Augenblick laufen Durchsuchungsmaßnahmen, respektive wir haben Sprengstoffspürhunde eingesetzt, die momentan schauen, ob tatsächlich ein Sprenggut vorhanden ist. Wir hoffen, dass in Kürze die Maßnahmen beendet werden und das Gebäude wieder freigegeben werden kann.